Der Star auf dem Mazda-Stand ist dieses Mal der Mazda 3. Neue Generation, die wir hier auf den Markt bringen beim neuen Mazda 3. Zum einen Kodo-Design, schon bekannt seit 2012 mit dem CX-5 eingeführt. Jetzt die Weiterentwicklung, eine Art Evolution, noch reduzierteres Design, noch mehr Lichtreflexion, Spielen mit Licht und Schatten, was dann wunderbar gerade in der Seite des Fahrzeugs sich widerspiegelt. An der Front sehen wir diesen Mazda-typischen 5-Punkt-Grill, der auch im Inneren des Grills sehr schön reflektiert, dunkel gehalten hier beim Mazda 3, beim Mazda 3 Fastback der 4-Türingen-Limousine. Dann in Silber, also hier auch nochmal Differenzierung, sehr schmale Scheinwerfer, dadurch wirklich auch hier in der Front reduziert aufs Wesentliche und sieht einfach spitze aus, wie ich finde. Das sind die beiden Motoren, mit denen wir zum Marktstart rausgehen. Drei Monate später kommt die wirkliche Revolution, das ist unser Skyactiv-X-Motor. Das ist der erste Serien-Benziner mit Kompressionszündung. Da sind wir mächtig stolz auf. Ebenfalls auf der Messe steht der aktuelle CX-5. Dank inner motorischer Modifikationen und neuer Abgasreinigungstechnik erfüllt er in allen Motorisierungen bereits jetzt die erst ab September 2019 verbindliche Abgasnorm Euro 6D Temp. Darüber hinaus bietet er auch zahlreiche Assistenzsysteme wie Verkehrszeichenerkennung, erweiterter Notbremsassistent mit Fußgängererkennung und Spurwechselassistent. Untertitelung des ZDF, 2020